Hallo und herzlich willkommen zurück. Freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Ich habe absolut keinen Plan. Ich würde tatsächlich darauf tendieren, ein wenig umzudekorieren und umzubauen. Ich spiele auch tatsächlich mit dem Gedanken. Nein, ich gehe nicht in ein anderes Terrain. Ich würde gerne umbauen. Alles versuchen, irgendwie etwas effektiver zu bauen. Aber wie? Ich muss mir da irgendwie einen Plan überlegen. Wir warten jetzt erstmal, dass die beiden wieder einigermaßen fit sind. Pistole Guti. Tickt Enten, Küken, Tod zur Apfelzone. Okay, ja, das wird jetzt dauern, bis sie das drauf haben. Sorry, meine Maus schon wieder. Okay, er putzt. Ryo ist fleißig hier am Bauen, am Handwerkeln. Genau, wir hatten ja diese eine Mission. Jacke aus Schafrolle, Qualität normal. Chill, relax. Entspann dich. Lass bloß meine Sachen heile. Ganz cool. Alles wird gut. Wie gehen wir vor? Hier haben wir die Schlafräume. Hier ist Strom. Zufrieden. Er entspannt sich. Okay, ist das ganze Blut jetzt hier mittlerweile raus? Nein, immer noch nicht. Ja, chill, ext. Immer noch so viele Kackenten hier, Alter. Alles einfach voll. Na gut, aber die Leichen verschwinden langsam, finde ich. Okay, er wird direkt behandelt. Giggles ist fertig. Er macht ein künstlerisches Projekt hier, oder wie war die Aufgabe hier? Skulptur, Skulptur, Skulptur. Kann ich planen, ob man irgendwie verticken kann, oder so? Was machst du denn so die Kartoffeln näher, Alter? Ähm, ich stelle mal Vlogs mit Kochen ab. Mal gucken, was dann passiert. Mal gucken, was dann das? Er Hey, warum kann der nicht nehmen? Kein Plan. Bin grad irgendwie durch. Okay, da liegt doch irgendein Ding ins. Kleines Skripul aus Marmor, normal. Attraktivität. Autor, Flair, Shift. Ein Wüstenkurs, auf das sein Kunstwerk geformt wurde. Der Spaß von einem Enterich. Warum schon wieder Enterich? Die Skulptur erzählt von einem Enterich, wie er zur Folge gebracht wird. Der Enterich sieht besorgt aus beinahe jeder Form in Attraktivität 68. Okay. 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 Er ist immer noch K.O., alles klar. Irgendwie geht's grad nicht voran mit meinem Base bauen. Übersinnliches Brummen hat aufgehört. Wie viele Jacken habe ich? Drei. Wie viele Jacken brauchte ich? Fünf. Haben wir ja gleich zusammen. Irgendwann mal. Moe Adams ist vollständig geheilt. Sehr gut. Jetzt geht das Bauen wieder los. Strom ein. Ich check's nicht. Das Ding läuft doch ohne Strom oder wie darf ich das verstehen? Ach, jetzt baut er den Zaun hier fertig. Okay. Klatsch, klatsch, klatsch. 1.200. Er geht wieder schlafen. 1.200. 2.200 sehr z Save the Nicht für Transport zugeteilt, ok. Waffenhändler, ok. Wie sieht es hier aus? Dreimal Jacke, viermal Jacke. Ah, da. Aha, so langsam wird es voll. Ja, so langsam klappt es. Das finde ich gut. Was ist das? Ach so, ein Ei. Ah, Waffenhändler brauchen wir gerade nicht. Wirklich, ne? Okay, mach mal die Dinger fertig hier. Warte mal, vielleicht kann ich ja quatsch mal mit dem. Die eine oder andere Kuh oder so verticken hier. Beruhigungsimpulsgeber. Du, 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 du. Merheu wenigst. Wer hat hier ne scheiß Jacke angezogen? Wer hat hier ne Kackjacke angezogen? Sorry, meine Maus kackt in letzter Zeit ab. Ich weiß nicht warum. Die connected irgendwie nicht so richtig heute. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich umbaue. Ich bin immer noch am überlegen. Ich bin immer noch am überlegen. Ich bin immer noch am Beginn Kaffee hin. Ich bin immer noch am Urteilعz. Ich bin unterwegs. Man pasaankt, also zwei Tags. Ich bin wohl auch so viel tore, Sollen die das erstmal machen? Sollen die das erstmal machen? Wer hat hier die? Komm, jetzt mach die Jacke fertig. Hast du auch ne Scheißjacke an? Warte mal, wenn ich jetzt einfach mal sage. Bum, akzeptieren, Waren. Äh... Jacke, 1, 2, 3. 4. Und du machst... 1, 2, 3... 4. Wird sie doch eigentlich jetzt 5 haben, ne? Oder bin ich jetzt doof? Jacke. 1, 2, 3. Ne, ja, passt doch. Ja, machen wir das doch so. Äh... Personen. Bum, bumm. Ich hab keine Esel mehr, scheiße. Haha. Äh... Ja... Bumke. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Bum. Man weiß ja nie wegen Stahl und so, ne? Wie lange brauchen wir? 1,4 Tage. Entsenden. Yes. Ich lass mal ein bisschen laufen gerade. Bum, bumm, 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 bumm. Ja, hier lagern sie wieder ein. Das ist gut. So mag ich das. Dank ihren rohen Stimmungswert hat Vlogs eine Inspiration erfahren. Wenn sie das nächste Mal eine medizinische Operation durchführt, wird ihre Chance auf Erfolg verdoppelt. Es besteht aber immer noch eine geringe Chance auf Misserfolg. Oh, nice. Ähm... Ich fange jetzt an, so langsam ein bisschen alles umzubauen. Umzubauen und eventuell ein bisschen zu vergrößern. Ob das Sinn macht? I don't know. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, knallen wir da auch nochmal ein Geschützturm hin. 200 Stahl. 200 Stahl. Wo kommt das ganze Stahl her? Okay. 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 Ich könnte eigentlich auch Zone... Mh... Mehr Schwandchen haben wir ja gerade nicht mehr. Dann können die Gebiete auch weg eigentlich. Nasehorn machen wir auch mal komplett weg. Wie sieht es allgemein aus mit Haustieren? Maximal 4. Das läuft noch. Okay. Also langsam läuft es wieder einigermaßen. Das Lager sieht auch irgendwie aufgeräumter aus. Ey, wo holen die denn den ganzen Stahl weg? Sag mal. Ach, die buddeln hier, ne? Hier hatte ich noch so Markierungen drin. Okay, dann haben die auch mal fertig gebuddelt. So, gut. Hatte ich schon voll nicht mehr auf dem Schirm. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Super geil. Super geil. Super geil. 414 Stahl haben wir. Alter. Nice. Sind die überhaupt angekommen? Sind die überhaupt angekommen? Nein. Okay. Super geil. Das ist super geil. Okay. Ähm. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da Okay, der Nervenstoffspender ist doch gar nicht so verkehrt. Er baut fröhlich vor sich hin, das ist sehr gut. Das Ding braucht Strom. Oh, okay. Oh. Yes. Äh, handeln. Muss ich die jetzt so verkaufen? Scheiße. Warte, ich lade nochmal. Das war dumm. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. So, wie weit waren die? Waren die schon da? Nein. Aber jeden Moment. Okay, hier muss auf jeden Fall eine Stromleitung hin. Kriegen wir hin? Ist da kein Problem. Das ist auch dumm, ich hätte einfach von da liegen können, ne? Naja, äh, einfach kann jeder. Okay, das Lager sieht jetzt langsam auch aufgeräumt aus. Das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, dass ich die Jobs nochmal so durchgegangen bin. Qualität? Gut. So, jetzt aber. Bumm. Stopp. Quests. Bumm. So, warte. Warte, ich speichere mal. So, und jetzt muss ich doch eigentlich nur... Warte mal. Oh, ist das eine alte Oma, ne? Oh, ja, ist das eine alte Oma? Ja, aber die hat was drauf. Konstruktion, Bergbau, Handwerk. Ist zwar eine alte Omi, aber die kann was. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Stahl für mich hättet. Leider nicht. Leider nicht. Oder ich sehe es gerade nicht. Also, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Das war schon mal. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es, dass ich noch nicht mehr. Oh, nee, das ist zu viel. 100. Okay, probieren wir mal. Ich hab ja gespeichert, ne? Ich würde die Folge hier auch direkt wieder beenden. Und wir haben jetzt Gott sei Dank wieder alles in den Griff gekriegt nach dieser Entenkatastrophe hier. Ähm, ich würde jetzt in den nächsten Tagen versuchen, ein bisschen umzubauen. Wie, weiß ich noch nicht richtig. Auf jeden Fall habe ich einen Plan auch noch nicht direkt, aber... Er steht schon, okay. Kein Plan. Das Lager sieht auf jeden Fall aufgeräumt aus. Das passt mir schon sehr. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall machen wir Fortschritte mal wieder. Gut, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Äh, okay. Ja, ist ja auch egal. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch noch etwas Spaß. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.